So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon, Level 116, also ich höre irgendwie doch nicht auf zu leveln. Finde aber auch immer wieder andere Wege, sei es mit irgendwelchen Kreativ-Lobbys oder sonstiges. Aber darum soll es ja nicht gehen, ihr seht schon, der Glitzer-Gaul ist drin. Denkt dran, wenn ihr euch was gönnt im alten Shop, gerne meinen Creator-Code eintragen, yt-familyac, danke schon mal für den Support. Und ich kann euch jetzt schon sagen, der Shop wird riesig. Also, wir haben einmal Glitzer-Gaul komplett neu drin. Für 1200 V-Bucks ist teuer, aber ich denke mal, der wird selten sein. Weil die kommen eigentlich selten rein wieder. So, dann haben wir noch ewige Sand-Pakete, das komplette drin. Einmal weiblicher Skin, einmal männlicher Skin. Kleider, dann die Lackierung. Dann haben wir das Hacky-Fabes-Paket wieder drin, mit dem Zwei-Stil hat er inzwischen. Ich liebe diesen Stil. Hallo, ich will den Skin. Ich liebe diese Skin-Art. Ach, ich liebe. Dann der passende Kleider, die Pickaxe dazu. Dann Sagan wieder drin, Bombasto. Dann der U-G-Kleider schlechthin. Also, sehr selten. Dann Ahnenschlag. Dann Hun-Emote. Und setzt sich doch Emote. Und haltet euch fest. Das wird noch schlimmer. Dann die normalen Skins. Die kennen wir ja schon, die Banner-Brigade. Nochmal alle einzeln für jeweils 800 V-Bucks. Dann Balenciaga komplett wieder drin. Natürlich auch alles einzeln zu haben, aber haben wir ja jetzt schon öfters gesehen. Bruno Mars-Paket ist komplett noch drin. Chloe Kim-Paket ist noch komplett drin. Und ihr seht schon. Dreh die Musik auf. Es kommen ein paar Emotes rein. Also, wenn ihr noch irgendeinen nicht habt, hier ist eure Chance. Ihr könnt sie euch wiederholen. Dann des Weiteren Licht an. Das ist, glaube ich, gewesen, wo ich eine Pause gemacht habe. Weil das sagt mir gefühlt gar nichts. Dann die Bärenumarmung. Dann natürlich die ganzen Rhythmus-Rebellen. Alfred und wie sie alle heißen. All das komplette Paket. Das kann man sich noch holen für 2.8. Mit dem Ladebildschirm noch zusätzlich dazu. Natürlich immer ein verschiedener. Klar, damit man sich beide Pakete kauft. Dann nochmal das Neon-Team komplett. Mit Tarnung, Pick-Ax. Dann des Weiteren. Natürlich. Boah, wie habe ich den Skin geliebt am Anfang. Weil der einfach so verrückt ist. Dann Cosma auch wieder drin. Ja, hier ist viel versteckt. Die passenden Pick-Ax dazu. Dann DJ Bob auch wieder drin. Leuchtstäbe wieder drin. Gott, ey. Der Shop ist riesig heute. Dann haben wir Disco-Fieber wieder mit drin. Crack-Dance ebenfalls. Das haben wir. Und das war es eigentlich auch schon wieder. Also ich habe es ziemlich kurz gehalten. Aber ihr seht selber, es ist einfach eine Menge drin heute im Item-Shop. Also wer heute den kompletten Shop hat, der hat ausgesorgt. Hier seht ihr, der Shop ist einfach riesig. So, denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne Creator-Kot eintragen. Y-T-Unterstrich-Family-Hack. Die Emotes lade ich jetzt alle nach und nach hoch. Die könnt ihr euch dann auch gönnen, wenn ihr wollt. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Level und haut herein.